Hast du nicht die Schnauze voll davon, dass die Leute kritisieren, sie kritisieren über das, sie kritisieren über jenes, er sollte sein Kind besser so erziehen, er sollte auf diese Art und Weise reden. Hast du es nicht satt? Hast du es nicht satt, den Leuten beim Kritisieren zuzuhören? Ich habe die Nase voll davon. Eine Sache können wir tun, damit die Leute aufhören zu kritisieren. Wir selbst hören auf zu kritisieren. Wir haben immer Meinungen zu allem. Und er sagt das und sie sagt dies und er ist nicht gut und sein Video ist total kacke. Falls wir wollen, dass die Leute aufhören zu kritisieren, fangen wir bei uns an. Wir hören auf, mit unserem Mund überall Gift zu versprühen. Fang an, Menschen hervorzuheben, auch wenn sie Makel haben. Du auch. Fang an, eine positive Sache über jemanden zu sagen. Wir hören auf zu kritisieren und wir fangen an, die Dinge positiv zu sehen. Wenn jeder kritisiert, frage dich, wer profitiert davon? Wenn sich jeder kritisiert, wenn sich jeder gegenseitig umbringt, frage dich das.